Es bringt einfach so gut wie gar nichts. Ja, ja, halt doch mal den Schnabel, o dämliche Kuh. So. Meine Güte. Ist mir egal, ich kaufe den Midi-Bits. Ja, ziemlich durch klingt der. Aktiviere den Bioscanner erst. Klingt spannend. Mhm. Klassifikation, Protektor. Typenbezeichnung, Delta. Status, Verstorben. Dela, Status wird aktualisiert. Bitte warten. Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich? Delta. Du bist einer von den alten Protektoren, was? Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Ernsthaft? Was ist denn? Was ist denn? Oh Gott, ich will niemals nicht gegen den kämpfen. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre, wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind. Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus D. Okay. Agnus D. Ah, okay. Uuuh, jawohl. Sechs Verwandtskästen, alter. Ich glaube, das werden wir auch brauchen. Können ich mir gut vorstellen. So, warte mal, hier ist nichts mehr. Arsch, dunkel. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus D. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Mhm. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmen-Eigentum, Delta, genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Das wüsste ich aber. Ist das eine... Ist das eine böse Kamera? Ich schaue mal. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Weil du ganz ruhig... Was? Den Datens... Von Qual und rein. Nass und Nässe geht's dir rein. Ein Mittelstüffel für wenig Geld. Und Luder wird zum Superheld. Stärker, schneller, heller sein. Die Zukunft fliegt hier weit und ein. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Ja, dazu muss ich ein bisschen irgendwie. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Wir sind ein, zwei Haushilfen zu deiner Unterstützung. Ui. So, dann wollen wir mal. Auf geht's in die nächste Runde Action. Ist es der, den ich denke, oder wer ist das? Es scheint, das Gefängnis war der reinste Segen. Ryan ist tot. Er starb durch die Hand seines eigenen Sohnes. Aber viel interessanter ist der Intridsfall, den man seinem Kind einprogrammiert hat. Mit dem Code WDSF. Es war eine Art verbaler Auslöser. Worte, denen der Junge unweigerlich gehorchte. Auf eine gewisse Art hatte dieses traurige Ding, dieser Halbmensch, das selbst überwunden. Hochintelligent, aber frei von dem sogenannten freien Willen mit all seinen bequemen blinden Flecken. Was, wenn man ihm befohlen hätte, das Allgemeinwohl zu steigern? Was, wenn er freiwillig gehandelt hätte? Aua, Alter, was? Höh! Wo kommt denn er auf einmal her, ey? Gibt's doch gar nicht. Oh, plötzlich steht er da hinter mir. Okay, ich hör schon mal nach Big Daddy. Siehst du das nicht im Bäuchlein? Da ist so ein Großhau noch. Oh, warte mal. Ich brauche noch so ein Gesundheitsupdate. Wenn wir schon einmal dabei sind. Ich würde ihn gerne erledigen, aber ich habe so ein bisschen Muffen. Warte mal. Oh Mann, ernsthaft? Das gibt's noch nicht. Ich habe dieses Gerät erfunden, Delta. Wie komm ich denn da hin? Ich will da hin! Ich würde gerne da hin, da ist ein neues Tonikum oder so. Das können wir mal versuchen, da dran zu kommen oder aufzunehmen, aber ich weiß noch nicht wie. Und ich würde gerne den Big Daddy da noch so ein bisschen Ruhe lassen, weil wer weiß, ähm, wer weiß, wie stark der ist. Ah, hier ist noch eine Kiste. So. Warte es nicht, diesen Signalfrinder anzurühren, Delta. Er ist zehnmal so viel wert wie du. Und jetzt... Ich bin sehr enttäuscht von dir, Delta. Die Zerstörung von Fontaine-Firmen-Eigentum kann mit fristloser Kündigung geahnt werden oder einfacher ausgedrückt. Du bist gefeuert. Gefeuert! Gefeuert! Ja, da bin ich halt gefeuert. Mein Gott, ich geh mir doch nicht auf den Sack. Mein Gott, ich geh mir doch nicht auf den Sack, ich geh mir doch nicht auf den Sack. Aua! Äh. So, kommen wir jetzt in die Tür rein? Ah, sehr schön. Ah, hier waren wir ja schon. Ich dachte, ich dachte, wir wäre abgeschlossen gewesen. Ich habe so eine Orientierung wie eine Weißbrotscheibe, das ist fürchterlich. So, ähm. Ja, ihn möchte ich noch in Ruhe lassen. Besser ist, weil... Was war hier? Oh, guck mal, da ist noch so ein Ding. Oh, ich versuche mal nach oben zu kommen. Irgendwie... Also zwei Plasmide gibt es hier auf jeden Fall zu sammeln. Ich würde gerne beide bekommen. Oh, äh. Entschuldigung, Sir. Ich nehme die anderen Treppen. Hier spricht Eleanor Lamb. Viele Jahre sind vergangen seit meiner letzten Aufzeichnung. Mutter hat einen Weg gefunden, mich psychisch wiederherzustellen. Aber sie kann dieses... Ding nicht aus meinem Körper entfernen. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ein Monster. Ich kann mich nur an sehr wenig erinnern. Nur an ein künstliches Gefühl von Frieden und eine zwanghafte Gier nach Adam. Dr. Alexander versucht mir zu helfen. Er ist für meinen Zustand mitverantwortlich. Aber er möchte ihn verbessern. Das war ja einfach. Das war sehr einfach. Schon fast zu einfach. Aha. Hier wird man also gefeuert, ja? Das ist interessant. Würde ich sagen. Wo man so überall gefeuert wird. Mein Gott. Wie gut, dass wir die Kollegen dabei haben. Und dass wir das Geschütz auch gehackt haben. So, aber trotzdem würde ich gerne an diese Tonicums... Jede neue Tyrann wagte sich hierher auf der Suche nach Eroberungen, Delta. Von Tane, Ryan und... Und jetzt du. Aber jeder möchte gern, Cäsar muss lernen, die Dolche seiner Gefährten zu fürchten. Alter. Frage dich, Delta. Was hat Sinclair davon, dass er dich hierher führt? Alter, ich hab nen Namen. Ich heiße nicht Delta. Mein Name ist Flex. Immer noch! Äh... Ich glaube... Aha, ich hab's schon gesehen. Der Tyrann bliegt auf die Welt. Oh, die Katze. Der Tyrann ist selbst Gesenklichkeit nur ein wunderlicher Besuch. Ihm allein steht es zu, zu wägen. Zurück und hin. Ich geh nochmal gucken. Vielleicht ist ja nochmal eh irgendwas hinten. Vielleicht einen geheimen Raum oder so. Nein. Hier ist nichts. Hätte ja sein können. So, da oben liegt noch irgendwas rum. Warte mal. Äh... Nee. Äh... So. Ja, dann schauen wir mal. Ich glaub, wir kriegen Besuch. Kann das sein? Alter. Bohrkraft 2. Würdest du ein... Schlägerei in einem Schusswechsel... den Vorzug geben? Mit Bohrkraft 2 bist du ein Meister der Miele attacken. Nee. Ich glaub, wir brauchen meine... Äh... Äh... Alter... Äh... Das... Das... Das stellt alles in Frage. Selbst jetzt, als ich diese Aufnahme mache, kann ich es kaum glauben. Die Psychiatrie war immer mein Fach, um das Bewusstsein in all seinen Schichten zu erforschen. Aber Intelligenz erfordert keine Selbstbeobachtung. Der Sohn Ryans war effektiver als all seine Rivalen mit ihrer Selbstbewusstheit. Er lebte ohne Fragen. Ich könnte das selbst abschaffen. Und die Welt retten. Wo war denn nochmal? Das war oben, ne? Ciao. Wo ist er? Warte, Büro nochmal. War das hier oben? Der soll mal hochkommen. Der Dreck sagt, komm. Ja, komm. Ja, komm. Was? Jawoll. Sehr schön. So, ciao. Ich bin nicht dein Daddy. Ich bin Walter. 45 Jahre Hausmeister. So, nehm ich wieder auf. So. Sehr schön. Dann können wir ja wieder runtergehen. Wir haben das eine Tonicone, aber das andere haben wir noch nicht gefunden. Mh, kann ich hier... Achso, es ist Niete. Die Niete. Nö. Ähm. faten. Wir sehen, wie wir sind hier auch noch nie. Wir sehen, wie sie Ever.